Wird sie leben, Orakel? Kann sie es schaffen? Unsicher! Dieses Speichergerät hat große Schäden erlitten. Seine Matrix ist sehr instabil. Vielleicht kann ein Techniker... Das wird nicht notwendig sein. Chief! Erfolg! High Charity, die Stadt der Propheten ist auf dem Weg zur Erde. Mit einer Armee der Flood. Ich kann nicht alles sagen, es ist unsicher. Der Grave meint, er weiß, ich bin im System. Das ist eine Nachricht. Lassen Sie es hören. Er weiß aber nichts von dem Portal. Wohin es führt. Auf der anderen Seite, es gibt eine Lösung. Einen Weg gegen die Flood. Ohne das Abfeuern der restlichen Halo-Ringe. Schnell, Chief. Die Arche, es bleibt nicht viel Zeit. Tut mir leid. Egal, Orakel. Wir haben genug gehört. Unser Kampf geht durch das Portal. Mit den Brutes und dem Scheiß-Propheten. Zum Scheiß-Propheten. Wir bleiben hier. Halten aus, solange es geht. Haben Sie gehört? Die Welt ist verloren. Eine Flood-Armee. Ein Grave-Mind hat sie gesehen. Sie überlebten nur, Knabe, eine kleine Kontaminierung. Und Sie, Schiffsmeister, verglasen einen Kontinent. Vielleicht ist die Flood nicht meine größte Sorge. Eine einzige Flood-Spore kann eine Spezies zerstören. Wäre da nicht der Rat des Gebieters, ich hätte den ganzen Planeten verglast. Sir, mit Verlauf, Cortana hat eine Lösung. Cortana? Sehen Sie, wie es ihr geht? Wie beschädigt sie ist? Sie könnte verseucht sein, soweit wir wissen. Ihre Lösung ist vielleicht eine Flattfalle. Wir sollten durch das Portal gehen. Sehen, was ist. Was wir tun müssen, Commander, ist verstehen, dass dies das letzte Gefecht ist. Hier, auf der Erde. Gehen wir, riskieren wir alles. Jeden Mann, jede Frau, jedes Kind. Halten wir die Stellung, haben wir vielleicht eine Chance. Nein. Wenn Ihr Konstrukt falsch liegt, dann hat die Flatt schon gewonnen. Ich finde Cortanas Lösung und bringe sie zurück. Uns bleibt nur die Erde. Vertrauen Sie Cortana so sehr, Sir, ja, Sir. Das ist entweder Ihre beste Entscheidung oder die schlechteste. Wissen Sie, Chief, ich werde nicht lange genug leben, um es zu erfahren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dann ist der Kampf fair. Alle Kreuzer, Feuer frei. Verbrennt ihnen die Haut. Das Prophetenschiff greift nicht mit an. Er muss gelandet sein. Roger, Ma'am. Wir sind dran. Tür eintreten. Untertitelung. BR 2018 Alles klar, Holkus? Die Mühle ist ein bisschen angesengt. Aber sie wird durchhalten. Gut, erfüllen Sie die Lücken. Was für ein Anblick. Genießt es, solange es geht. Sobald wir gelandet sind, geht es wieder auf. Oberste Priorität, eine Landenzone für die Frekante des Kommandors. Aber wir halten Augen und Ohren offen. Wir brauchen alle greifbaren Infos, wo wir eigentlich sind. Und wir brauchen alle greifbaren Infos, wo wir eigentlich sind. Und wir brauchen alle greifbaren Infos. 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 schief augen auf verstanden habe eine gute position sie geben den ersten schuss was haben wir denn hier so schönes schief augen auf Das ist ein Wachstum, oder? das war schon wow das ging schnell das war eine klasse gut dann haben wir das auch wieder sehr schön ja ja Oh, come on, come on, come on. Okay, jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Ah, nein. Da oben. 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 Das ist ein Idiot! Weißt du was, wir nehmen die Dinger hier. Kein Problem. Knallen wir was ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, wo muss man eigentlich hin? Das sieht hier alles irgendwie. Das war falsch. Schön sanft jetzt. Schön sanft. Scheiße. Ein Verteidigungssystem? Das ist eher Plasma, aber gut. Ja. 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 Ja.